So, das ist der Anfang vom Treff. 25 Leute bis jetzt. Ob die überhaupt mitmachen, weiß ich nicht. Einige sind schon in Home drin, manche spielen noch was. Mal schauen, ob... was wird's. Es haben viele gesagt, die machen mit. GonzoFans 22. Ja, die Nachrichten spielen so viele. Mal gucken, ob überhaupt noch welche kommen. Es sind noch viele, die... also die meisten sind sowieso noch offline. Es ist 54, 5 Minuten. Ob da was wird? Hm. Mal schauen. Boah, wie weit geht's denn noch mit da? Ja. Ich wollte eigentlich alle mal zeigen. Ah, da unten. Da macht er das letzte. So. Ich würd' mal sagen, ich starte. Ich geh rein. Es ist zwar noch nicht so weit, aber... Ich kann da schon mal reingehen. Und da bis 18 Uhr warten. Ja, hallo Leute. Hier ist die Fox4. Das ist das Online-Treff. Und kurze Erklärung, warum ich genau so aussehe. Das hat was damit zu tun, dass einfach mal... Während ich im Kleiderschrank bin und mich umziehen wollte, so viele Anfragen auf mich aufkamen, dass mein Internet abgestürzt ist. Oder besser gesagt, dass Home abgestürzt ist. Und ähm... Deswegen seh ich so aus und versuch's nicht nochmal da dritt reinzukommen. Und schon fang's an zu tanzen. Ja, das fängt doch... fängt an. Ja! Ja, das fängt an. Da fängt an. Woah. Running man! Perfeckt. Da geht's los. Es geht los! GF-E... naja, siehst du, ich nehm dich auch gerade auf, dass du mir das gerade schreibst, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Schade, dass hier nicht so viel Musik ist. Ah, da ist hier! Ja! Eine Frau! So geil! Hallo! Das ist gar nicht mal schlecht, die Linie! Wow, wow, wow! Immer mehr, es kommt immer mehr! Macht weiter so! Oh, okay! Ah, jetzt, jetzt, jetzt! Running man! Ich frag mich eigentlich, wie ich da schneiden soll, ich nehm einfach auf! Weil ich red eigentlich gar nicht wirklich so viel! Ich find's einfach nur witzig, dass einfach so viele Leute einfach mitmachen, weil das muss man erstmal hinkriegen! Da sind nicht so viele wie... eigentlich nicht mehr als ich gedacht hab, genau! Ach, du siehst aus wie... Tony Hawk! Vor Arme! Ich hab doch gesagt! Ich kann nichts dafür! So viele Leute wollten gerade mit mir quatschen, da ist wirklich das Ding abgeschnitten! Ich wollte mich eigentlich umziehen! Ich wollte besser aus! Ich wollte gut für euch aus! Alle hinsetzen! Na ja, mal gucken! Wir holen uns! Wie viel besser! So komplett verteilt! Ist nicht schlecht! Warum nicht? Party! bloody! Ivan! VQueo macht ihre eigene Party! H μic! Ego Party! W muchís! Du bist so convenience Ja, das stimmt! Vox Ich will sie 14? Das war's für heute. Und die Masse bewegt sich! Sie bewegt sich! Doch nicht da lang, jetzt noch ein Team wird kommen! Wir reißen Arme in den Himmel und in die Welt kommt, weil wir sind erst am Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft. Die Wecke schlitzen, alle Stringen, alles was wir lieben. Wir lassen uns das Wort, dass die Feier nicht verbieten, wie ein kranker Hausen kauft. Ich renne weg! Ich renne weg! Lass mich ruhen! Geht weg! Fangen! Waaah! Ich fühli so. Ich kann nur sehen! Ich hab besser beim Hochsch eight! Lern! Hier! Woah! 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 Come on! Come on! Come on! Hier für alle! Kuratang, nicht schlecht! Hahaha Geile, Youtube MTV Freak 999 Yeaaah Das ist so geil Wir sind doch alle aus, ja? Robots 9 Techno 9 Ah ok, warte mal, just go Boah, uah, Disco Yo Disco Yo Disco Wer ist denn das hier? In rot Das ist das Treppen, den er hat so Alle machen hier dünn, yeah Ich mach mal ein bisschen Techno Ja, komm mal Wenn ihr sehen könntet, ich dance nämlich auch grad ein bisschen Ich kann ja ein gutes Spiel, was ich jetzt spielen könnte Ich kann ja ein gutes Spiel, was ich jetzt spielen könnte Moment, ich suche es gerade Ich suche es gerade Ich suche es gerade So So Hier haben wir auch meine Seite Wer ist denn das hier? Haha, ein Jetzt kommen wir auch draußen stehen, ne? Die wir auch nicht kennen hier Ja, vom anderen raus Boah, sie kommen alle raus und sie wollen alle noch mitmachen Das hier Das hier Wahnsinn Ding-a-ding-a-ding Komm alle ab zu sehen Das Deck ein bisschen zu mir nennen Die beiden so nicht Und weiter Und weiter Und weiter Ja Das werde ich nun echt aufbrechen Uncharted 2 ist total Hammer, ja finde ich auch Ich finde Mass Effect auch Hammer Ja Ah, ein bisschen was anderes Come on Macht schon Haha, nein bin ich bestimmt nicht Moment mal Du gibst ein Posen Held Hahaha Verwitz dich eh Hallo YouTube Genau, hallo YouTube Espanol Espanja Espanja